Am vergangenen Freitag ist unser Maskottchen Attila 17 Jahre alt geworden. Viele Fans fragen sich, wie geht es eigentlich Attila und seinem Falkner Norbert Lawitschka. Wir haben die beiden in der Falkenzuchtanlage besucht. So, hier ist Attila drin. Da oben sitzt er schon. Hallo Attila, guck mal die Eintracht ist da. Die wollen einen Film von dir drehen. Herr Lawitschka, wie hat sich denn Ihr Ablauf jetzt während der Corona-Pandemie auch hier in der Falknerei verändert? Ja gut, also wir haben ja sonst mit dem Attila ganz viele Termine. Ja, es ist alles abgesagt. Der Attila ist relativ viel alleine gewesen die letzten Monate. Und ich habe im Oktober, habe ich angefangen Attila wieder richtig einzutrainieren. Dann sind wir jeden Tag im Wald gegangen zum Fliegen. Also wir, er, geflogen, ich gelaufen. Und ja, das habe ich bis zum Mitte vom Februar gemacht, wo wir also so gut wie jeden Tag, wenn das Wetter das ging, draußen waren. Dann hat er angefangen, richtig hoch im Himmel zu gehen. Der war dann richtig gut beflogen, kann man sagen, praktisch wie ein Wilder, weil er jeden Tag fliegen konnte, wie er wollte. Dann kriegt er einen GPS-Sender ans Bein gemacht. Da weiß ich auch immer, wo er ist. Und da waren Höhen dabei gewesen, so bis knapp fünf Kilometer, wo er hochgeht. Und dann ist er auch manchmal eine Stunde und zwei Stunden weg. Kommt er dann wieder genau dort zurück, wo er hergekommen ist, weil er kennt sich hier auch relativ gut aus. Und ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. So haben wir die Monate rumgebracht. Er ist 17 geworden, ist für einen Adler jetzt ein gutes Mittelalter. Er kann also zwischen 30 und 50 Jahre alt werden. Wenn alles gut läuft für ihn, bleibt hier Attila gut. Dann haben ganz viele Leute E-Mails geschrieben und WhatsApp geschrieben und angerufen. Was macht denn unser Bub? Und es hat mich gefreut. Es war dieses Jahr so viel wie noch nie. Halt auch Corona. Keiner hat ihn mehr gesehen. Aber merken Sie, dass ihm oder Ihnen auch das Stadion und die Fans fehlen? Ja, das ist ja beständig. Ich meine, das ist ja ganz klar. Er ist es ja gewohnt, immer unter vielen Leuten zu sein, wie wir alle. Ein Live-Fußballspiel ist ganz was anderes als im Fernsehen. Ich habe ihn auch ein paar Mal bei guten Spielen mit nach Hause genommen und dann haben wir Fernsehen geschaut. Es ist so schlimm dieses Jahr. Es sind Spieler dabei, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, das kann sein, dass da schon wieder welche gehen und die haben unser Maskottchen noch gar nicht kennengelernt. Also es ist schon schlimm, auch für unsere Spieler ist es schlimm, für uns natürlich auch. Also wir freuen uns sicher beides sehr darauf, endlich wieder ins Stadion gehen zu können. Ja, das war die Leute auch und natürlich auch oft schon mal mit Onks authorized. das war die ganzen Meinung nach. Southambat. Das war die seeksmere Blöcke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin lustig. Vielen Dank.